Ähm... Dudu da unter sein, oder wat? Okay, hier gibt's mehrere Kuppeln. Die Kuppeln waren in der Story aber nicht hier, ne? Kann man da irgendwas machen? In der Story waren hier keine Kuppeln. Okay, sieht aber nicht so aus. Jetzt wo man damit was machen könnte. Okay, dann wollen wir mal weiter. Alter, als ob ich hier jetzt so weit reinrennen muss. Ja, das ist dann falsch bei euch. Bin ja gleich in der Replikationskammer, Alter. Da komm ich doch nicht mehr raus. Hey. Ach, ich bin da. Jawohl, wurde auch mal Zeit, ey. Oh, was hat der denn da hinten fallen lassen? Achso. Das, äh... Aua. Ich konnte die Farbe nicht auch nicht deutlich erkennen. Das war irgendwie so ein türkiser Schein. Ich dachte, das war irgendwie was Neues. Tja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn ich hier oben stehe und du nicht an mich rankommst. Würde ich auch nicht feiern. Oh, oh. Ob das eine gute Idee war? Komm schon. Gib ihm. Nein, nein, nein. Huh. Jawohl, Alter. Weg genudelt den Sack. Das war's. Ziel eliminiert. Oh, ja. Alter, ich hab gerade schon gedacht, wo kommen diese... Verschlüssel. Hä? Unbekannte Quelle. Immer neugieriger. Das Komm-Signal kam in mehreren Teilen. Ich habe Mühe, es zu entwirken. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass es Sinn ergibt. Ah, diese, ähm, verschlüsselten Patrouillen-Missionen. Äh, da muss man verschiedene Sachen machen, damit man da, äh, an die Nachricht rankommt. Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, was man da alles machen musste. Entweder Gegner töten, äh, mit irgendwie kritischen Treffer oder irgendwie sowas. Dann gab's da auch, man soll eine gewisse Strecke mit den Dingen zurücklegen. Mit dem Sparrow. Äh, da muss ich mal gucken, was wir hier jetzt machen sollen. So. Von da oben sind wir gekommen. Dann müssen wir da auch wieder raus. Okay, von hier sind wir nicht gekommen. Hier müssen wir nicht wieder raus. Au, au. Okay, da komm ich. Ey. So. Hüpf. Hüpf. Da gucke ich gleich mal, was wir da machen müssen. Ah. Okay. Jetzt haben wir, äh, die Fragezeichen dafür. Ah, okay. Ich glaube, es ist, äh, kritische Treffer. Oder einfach nur Feinde töten. So, eins davon. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur Feinde töten. Hui. Da hat er einen Abgang gemacht, würde ich mal so sagen. Äh, ja, wo sind denn hier Feinde? Okay, da werden gerade welche abgeliefert. Ich muss euch töten, tut mir leid. Na, eigentlich tut es mir nicht leid, aber... Wir wollen ja höflich säuen. Was macht der denn da? Was machen die denn da? Machen die irgendwas Besonderes? Da muss ich mal gucken, komm. Was ist hier los? Irgendwas, wo ich mitmachen kann? Wenigstens wissen wir, was dieser Teil der Nachricht hält. Oh. Eine wunderschöne Axt. Was ist denn hier los? Was muss man hier denn machen? Also, was man hier machen muss, ist wahrscheinlich klar. Feinde töten. Wer hätte es gedacht? Aber, ähm, was kriegt man hier dafür? Mit was steht das in einem Zusammenhang? Ich hab keine Ahnung. Na, das werde ich wahrscheinlich alles eh noch rausfinden. Äh, ich muss jetzt gucken, dass ich... herausfinde, was ich als nächstes machen muss. Ah, okay. Gut. Das letzte. Okay, da muss ich gucken. Ich weiß leider gar nicht mehr, was man da alles machen konnte. Ah, ja, stimmt. Eins war auch Ressourcen sammeln. Vielleicht ist es ja. Blö, sieht nicht so aus. Also, keine Ressourcen sammeln. Oh, oh, oh. Hallöchen. Ähm. Ja, da waren da noch kritische Treffer. Oder... irgendwas sammeln, was Feinde fallen lassen. Oh, wo geht's denn hier hin? Okay. Ey. Ey. Ach, komm jetzt. Alter. So, hier rauf. Nein, wo springst du denn hin, du dämlicher Vollidiot? Dürfte ich da jetzt mal rauf, oder wat? So, danke. Oh, warte mal. Das Fragezeichen ist... Äh, die Fragezeichen sind erschienen. Okay, Feinde töten ist es nicht. Vielleicht mit kritische Treffer. Auch nicht. Ah, doch. Kritische Kills. Jawohl. Äh, kritische Kills. Dafür brauche ich Gegner. Da war der nächste. Oh, shit. Der war nicht kritisch. Ja, aber... Ey, sag mal. Haben wir nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder wat? Ich bin hier gerade am Entschlüsseln. Schäme dich, bitte. Schäme dich. Oh, Spleißerschlüssel. Was kann man damit machen, mit dem Spleißerschlüssel? Da. Ein Schlüssel zu abgesicherten Spleißerorten. Okay. Wenn ich wüsste, wo diese Orte sind, dann, äh, würde ich da mal hallo sagen. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, die zu töten, oder ob man die besser leben lassen sollte, oder ob das eigentlich egal ist. Ich wüsste nicht. Ich wüsste einfach nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Sieht nicht so aus. Ach, scheiße. Jawohl, der hat gesessen. Ja, Alter. Nichts leichter, als bei einem Silvito einen kritischen Kill zu machen. Ohne Spaß. Du musst einfach nur auf das Auge schießen. Die Fläche ist ja auch deutlich größer, als so ein Kopf hier. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Nee, da ist kein Gegner. Hallo, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Oh, ich brauche nur noch einen. Komm schon. Jawohl. Oh, da ist er in die Lava gefallen. Übel. Was? Sag doch, du blöder Geist. Okay. So. Dann machen wir mal das, wofür wir hier hingekommen sind auch. Und zwar die Patrouillen. Und da hinten geht es in Richtung von den nächsten Missionen. Führe mich, Geist. Führe mich. Burgfried des Archons. Verfluchte See. Verflucht. Alter, wo muss man denn hier ganz hin? Holy Schnippel. Aha. Da habe ich scheinbar kurz geguckt. Oh. Okay, hier sind die nächsten Missionen. Ey. Hör auf, hier solche Geräusche zu machen. Ah, Moment mal. Wartet mal kurz da oben. Ich bekomme vermehrt Sieversignale in deiner Nähe rein. Geh zur aktiven Spleißer Ritualstätte und bereite dem Maschinenpriester ein Ende. Kein Ding, Alter. Gibt es hier drin irgendwas? Oh, eine Küste. Jawohl, jawohl. Und eine Lichtpartikel. Wow. Voll der Shit, ey. Äh, wo muss ich denn da hin? Muss ich, muss ich in die, in das Schiff rein, oder? Außenrum. Das sieht nach außenrum aus. Ist er das da gerade gewesen? Ich glaube, das ist er. Ja. Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wow, da ist er. Versteckt er sich eiskalt vor mir? Komm mal her. Wie wäre es mit Maschinengewehrchen ins Gesicht? So, jawohl. Ich empfange schwache Sieber-Signale. Doch der Priester ist erledigt. Der Bereich ist sicher. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Okay, irgendwo unter mir geistert was rum. Okay, doch nicht unter mir. Ach, keine Ahnung. Soll es rumgeistern. So, da ist die nächste Mission. Ah, das, hier, diese Geräusche, die lenken mich manchmal ab, weil ich denke, da ist dann irgendwie eine Kiste oder so ein Drehmetall oder sowas. Hüter, ich schicke dir einen Point of Interest. Erkunde diesen Standort und sende alle Messwerte, die dein Geist kartieren kann, an uns zurück. So, mache ich. Sag jetzt nicht, dass wir wieder 50 Kilometer fahren müssen. Okay, ich glaube, wir müssen 50 Kilometer fahren. Ach, nö. Warum tust du mir das an? Das finde ich nicht in Ordnung, geil. Oh. Deswegen, liebe Kinder, immer Augen auf der Straße haben, mein Fahren. Also, äh. Nicht Kinder, Erwachsene. Kinder dürfen noch nicht Autofahren. Hui. Erstmal hupen. Jawohl, Alter, wo soll ich denn ganz hin? So? So? Ja.